Wie soll ich das machen? Diese Typen müssen sterben, weil die sind echt gefährlich und leider sind das noch die Einzelnen, die mir Panzerung liefern, da ist wieder einer, die kommen halt immer wieder, die Penner. Die kommen halt immer wieder, was soll das denn, was soll ich gerade, Heldwerfer? Tatsächlich. Ich bin gleich tot. Ich glaube, ich habe es aktuell ein bisschen geschafft, ein bisschen. Sie sind nichts weiter als ein gemeiner Dieb, ein Laufbursche. Diese Dateien werden berücksichtigt, die ihr akzeptieren. Sie werden meine verbringlichen Leben verlassen. Ja. Das Panzerung. Ich könnte mich wieder so ein bisschen rehabilitieren hier. Okay. Bückt sich da einer? Nee, ist eine Waffe. Okay. Doch, nee. Achten Sie auf die Näheren Schilde. Okay. Ich glaube, ich muss den nochmal töten. Meine Fresse. Da ist noch Panzerung. Geh weg, du Sack. Boah, Alter, wie viel denn davon? Boah. Noch einer Schrott, okay. Scheiße. Hat nur noch einen Schuss. Fuck. Da ist noch einer. Nee, das ist ein normales Maschinengewehr. Nimm das doch hin. So. Ich muss das Ding nochmal verkriegen. So. Da kommt immer mehr, ne? Ja, das hat wenig Sinn. Kann ich hier einfach weggehen? Ja, kann ich. Okay. Okay. Was machen wir? Das hat alles kalte Sinn. Andere Seite nochmal gucken. Was ist genau mein Auftrag? Kann ich das eigentlich irgendwo nachgucken? Die Seite geht der auch auf, doch. Panzerung? Ja. Ähm. Ich möchte... Oh, darf ich nicht raus? Doch, ich darf raus. Alter! Mach doch die Tür auf! Okay. Die Frage ist halt, muss ich die Typen oder die komischen Teile abknallen? Oder beides. Oder beides. Ich muss jetzt echt mit der Scheiß-Pistole versuchen, die abzuknallen, ja? Ja, ist natürlich ein bisschen ätzend. Ich hoffe, dass ich die irgendwie kriege. Meine Fresse. Komm, verreckt doch mal. Und die kommen ja auch immer nach, habe ich so den Eindruck. Vielleicht auch mal einen von den beiden erledigen könnte. Hier riecht ja auch nichts mehr rum. Da habe ich noch was. Okay. Das ist aber auch... Jetzt haben wir einen. So, einen haben wir. Ich weiß halt nicht, ob die ständig nachkommen. Vielleicht ist das ja auch der Letzte jetzt. Kann ja sein. Sieht fast danach aus. Dann ist halt die Frage... Ob danach wirklich was passiert. Verreckt. Komm. So. Huh. Okay. Habe ich. Und jetzt? Das hieß ja, passen sie auf die Neonschilder auf, oder was er auch mal gesagt hat. Muss ich die auch noch kaputt machen? Ich glaube eher nicht, ne? Das ist doch heile. Hm. Oh, Netz. Jetzt kann ich hier doch irgendwie weg. Okay. Da kann ich nicht durch. Ja, wo muss es doch jetzt hier weitergehen? Ist hier doch irgendwie ein Drahtseil, an dem ich mich langhangeln kann? Ist hier was? An dieser Säule auch nicht. Hier vielleicht? Nö. Da ist noch ein Gewege. Ah, da ist ein Seil. Ich sehe es schon. Okay, wir werden kurz gucken. Da versuchen wir mal ein paar zu töten hier. Sehr gut. Auch der ist erledigt. Das lief doch ganz gut. Aha. So, mein Freund. Haben wir noch mehr? Schalter Ausschau. Ja. Da war noch was. Ein. Da haben wir den auch. Sehr schön. Auf der rechten Seite. Kommt da auch noch was angelaufen? Nö. Aktuell nicht. Na gut. Dann lassen wir das. Dann nehme ich jetzt mal mein Gewehr wieder. Okay. Ich habe natürlich jetzt echt... Vielleicht hätte ich auch vorher schon abhauen können. Ich hätte die wahrscheinlich gar nicht alle töten müssen. Habe ich mir jetzt umsonst Arbeit gemacht. Aber gut. Gibt es jetzt hier irgendwelche, die mir Panzerung geben, bitte? Oh Gott. Der nicht. Der nicht. Ich muss mal eben kurz gucken, ob hier irgendwo Panzerung rumliegt. Verdammt. Da. Komm. Schnapp dir das. Schnapp dir das. Schnapp dir das. Okay. Panzerung. Oh. Das ist nicht viel gewesen. Ich habe keine Granaten mehr, wie es aussieht. Da hinten ist noch einer. Da ist auch noch mal was. Oh fuck. Wir schießen. Wir schießen. Okay. Mach dir lieber den Raketenwerfer Gedanken. Fuck. Mieser hat denn keiner Panzerung für mich. Da. Da kann ich ja nicht reinrennen. Scheiße. Oh fuck. So viele. Ne. Jetzt werde ich ja gleich wieder verrecken hier. Scheiße. Oh. Da hast du in die Luft geflogen. Ich kann den nicht nehmen. Oh ne. Gibt mir doch mal Panzerung hier. Gibt es nicht. Keiner gibt mir Panzerung von euch. Und ich weiß auch nicht, wo ich langen soll. Da ist nix. Der Pfeil zeigt hier irgendwo hin. Soll ich da raus? Kann ich hier rauf gehen? Ah so. Okay. Ich bin irgendwo reingefallen. Sie haben den Tunnel betreten. Ja. Ist das anscheinend ein Eingang, ne? Ja. Ja gut. Ja. Und nun? Okay. Was ist denn? Oh. Ich glaube wir haben was erreicht. Immerhin. Da habe ich es nicht mit gerechnet, dass ich das noch überlebe. Das war schon ein bisschen härter tatsächlich. Also. Das Ziel. Äh. Das Ziel. Das Spiel zieht an. Das kann man schon so sagen. Ja. Na gut. War das die ganze Mission oder war das nur ein Teilabschlitt? Könnte auch sein, dass das alles gewesen ist. Anscheinend sind wir jetzt bei Pussy Galore angekommen und arbeiten jetzt für die. Das springt irgendwie immer hin und her. Ständig wirbt uns ein anderer Bösewicht an. Das ist irgendwie ganz interessant. Also die Idee finde ich halt witzig. Ist natürlich nicht sehr realistisch, dass man von ein zu anderen hoppelt und dann, ja. Keine Ahnung. Packt schon mal seinen Ex-Boss umbringen muss. Ja. So ist es halt als Döltender, ne? So. Wir haben wieder volle Energie und volle Panzerung und alles. Das ist doch schon mal schön. So. Das Bauhaus gehörte Triade von Hongkong. Wir haben uns schon genug Feinde gemacht. Kommen Sie da raus und zurück aufs Dach. Aufs Dach. Oh fuck. Okay. Ich glaube. Okay. Ähm, ja. Ich glaube, dass hier nicht unbedingt das Sniper das Beste ist. Aber wir, die beiden. Ich habe gerade schon wieder meine ganze Panzerung versemmelt. Ich glaube, ich mache das immer so. Auf die altbewährte Art. Naja, ihr Penner. Ist interessant, so diese ganzen Masken, die die aufhaben, sehen cool aus. Das soll also die Triaden sein, ja? Okay. Ja, nehmen wir das alles mal mit. Was ist das? Das Longboating. Ja, ich bin ziemlich am Arsch. Das ist geil. Ja, das ist doch mal für eine vieles Maschinenwerk. Aber natürlich nicht, wenn ich gleich tot bin. Da ist noch mal Panzerung. Gut. Okay. Ja, irgendwer schießt da hinter mir. Aber ich muss erst mal gucken, was hier so los ist. Da ist noch mal Panzerung. Sieh mir damit. Ich muss anscheinend ins Innere, ne? Ja, eigentlich soll ich ja aufs Dach. Okay. Aber wenn ich aufs Dach soll, muss hier doch irgendwo eine Treppe sein, da oben, oder nicht? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ich habe irgendwo eine Treppe übersehen. Ja, ich werde die ganze Zeit nur beballert. Ich weiß. Wo komme ich denn nach oben? Ah. Sauna. Hi. Das gefällt mir. So. So. Kann ich da dran drehen? Nee. Vielleicht kann ich den bisschen Dampf machen. Oh da. Ja, das ist dumm. Hast du ein Ding? Da ist doch Panzerung. Nee, das ist nur ein Handtuch. Weißt du das? Oh geil, man kann die Tatsache in der Sauna einsperren und verbrennen lassen. Wie so aussieht. So, nehmen wir das mal mit hier. Brotzeit? Was hast du gerade gesagt? Komm raus da. Ich glaube, ich habe dich, ne? Arschloch. Ah, das ist auch ein gutes, ja. Ich balle mal die hier. Hier gibt es vielleicht, gibt es mehr Munition von. Okay. Einmal durch die Sauna und wieder raus. Okay. Eliminieren Sie den Triadeninformanten. Wenn ich wüsste, wer das ist. Er wird sich mir schon zu erkennen geben, ne? Lift benutzen. Okay. In diesem Badehaus. Mal gucken wir mal. Run an die Arbeit. Hab heute ne große Sache ausgezahlt bekommen. Ah, fuck. Ich kann ja nicht mal richtig schießen. Was ist denn das hier? Ah, Wulong. Okay. Erscheint ist Wulong der Informant. Komm, Wulong. Stirb. Was ist denn das Ding? Nun, verreckt doch mal. Ich bin gleich tot. Weil der Typ nicht stirbt. Der normale hier. Wulong kümmere ich mich jetzt. Der bleibt ja anscheinend auf Abstand. Leider dieses Scheiß-Railgun-Ding. Gesundheit. Ich hab den Penner erledigt. So, das haben wir geschafft. Okay. Immerhin das. Aber ich hab das Gewehr ja schon. Oder ist das ein anderes? Ne, ich glaub ich nehm mir das hier. Oder? Ja doch, das ist gut. Ähm, welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich bin da rausgekommen. Eigentlich bin ich sicher in diese Richtung, ne? Oder ist nix? Da, doch. War kaum zu erkennen irgendwie als Tür. Für mich jedenfalls. Nein. Äh, bleibt doch auf. Hyper, hyper. Ja. Mein Gott, was rennt ihr? Das ist aber auch nervig, dass ihr andauernd nur hin und her rennt. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Und ich geh, als hätt ich irgendwie Stöckelschuhe an. So klingt das jedenfalls. Ja komm, die ist eh bald leer. Nimm mal die. Und du die andere. So. Jetzt sind wir auf dem Dach. Ist hier wieder ein Seil? Da, tatsächlich. Okay. Immer wenn's auf dem Dach nicht weitergeht, nach dem Seilausschau halten. Das hab ich auch schon gelernt. So. Ai, ai, ai. Jetzt geht's los. Da ist Panzerung. Die will ich. So, geht doch. Schön, dass du auch noch extra in die Richtung gehst, du Penner. Komm raus. Ich stehe unter schweren Beschuss. Schatten Sie mir diese verdammten Dinger vom Hals. Och ne. Die find ich nervig. Hab ich ja nicht ein paar andere Waffen für. Äh, ja. Brauch' ne andere Waffe. Da liegt was. Ja, also, ich kann natürlich jetzt mit der Pistole versuchen, aber das ist natürlich Pille-Palle. Äh, ja. Ich glaub, die ist besser. Dann versuchen wir das mal. Also, sie kann vorher nicht landen, ja. Ich warte bei ihm, bis er wieder angehalten ist. Das hat nicht gereicht. Das hat... Die Rakete hat auch nicht gereicht. Okay, ich brauch' hier... Also, ich hab' jeden einmal, glaub' ich, getroffen mit dem Raketenwerfer-Ding. Ich hoffe, dass hier noch einer rumliegt. Nehmen wir den. Zum Glück ist da kein Zeitdruck mit bei, oder? So. Oh, einer ist weg. So, halt an. Oh. Den auch? Nee. Zerstören sie doch... Sie haben das Flugzeug zerstört. Ja, hab ich doch. Achso, achso, das war damit gemein. Hä? Ich hab' dich doch gar nicht... Ich hab' dich doch gar nicht getroffen! Ich dachte, denen sollte ich helfen. Passiert hier jetzt gerade was? Au! Okay, der ist ein bisschen stärker wahrscheinlich. Äh, da ist noch ein Raketenwerfer. Ja, nimm mit! Nimm mit! Geschöp. Oh, geil! Hier müsste noch einer... Ja, da ist noch einer, okay? Komm her! Scheiße, der war daneben. Jetzt hab' ich, glaub' ich, kein Raketenwerfer mehr. Doch, der hat noch drei. Gut. Wo bist du? Hat er die Richtung gewechselt? Äh, wo ist er denn? Wo ist er? Da! Stürzt du gerade ab? Oh! Nee, tut er nicht. Anscheinend... ...werden die immer... ...neu aufgetankt gerade hier, die... ...die Raketenwerfer. Oh, ganz cool. Das war dann... ...was daneben. Ja, es sind immer drei neue drin. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wie viel verträgst du eigentlich? Hoppala! So langsam... ...könntest du auch mal... ...verrecken. Ja, nee. Jetzt taucht er wieder woanders auf. Oder? Jetzt fühlt's nicht so an, als wär' abgestürzt. Ich hab's geschafft, okay. Und jetzt kommt Rettung? Nee. Hab ich's immer noch nicht geschafft. Hä? Hä? Was passiert hier jetzt gerade? Oh! Okay. Ähm... Ja, dann machen wir die. Okay, ich glaube, das war... Da hinten ist noch Panzerung. Soll ich die mal nehmen? Die würde ich ganz gerne nochmal eben nehmen, bevor ich jetzt... ...das Level beende. Ich darf nicht mehr... ...ich darf nicht mehr zurück. Ich darf nicht mehr runter. Gemein. Hätte mir die Panzerung ganz gerne noch geholt. Aber anscheinend ist das Level jetzt eh zu Ende. Oh, fuck! Gemein! Ich würd die Panzerung haben! Das ist fies. Das gibt's doch jetzt nicht, ey. Okay, ich hab das irgendwie überlebt. Fragt mich nicht, wie? Hat der noch? Nee, der hat natürlich keine Panzerung gehabt. Aber der hat ne Knarre gehabt, ne? Moment. So. Immerhin zwei. Äh, ich wollt grad die Granate werfen. Das war schlecht. Oh, die haben zwei Panzerungen. Danke. Danke, 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 danke. Ui, ui, ui. So. Da ist nix. Tür. Die Tür. Irgendeine Tür. Ah, gehen wir hier runter. Unter die Leiter. Wir gehen runter, um die Leiter wieder hoch zu gehen. Sehr schön. Okay. Können wir nicht jetzt bald wieder gerettet werden von der Truller? Ui, ui. 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 Ui.